Es ist eine Katastrophe für Russland und für die Sportwelt. Mindestens 43 Menschen sterben beim Absturz dieses Flugzeugs mit einer Eishockey-Mannschaft. Unter den Toten ist auch der deutsche Nationalspieler Robert Dietrich. Die Mannschaft von Lokomotiva Jaroslavl wollte zum ersten Saisonspiel in Minsk fliegen. Doch ihre dreistrahlige Chartermaschine vom Typ Jagd 42 verunglückte in unmittelbarer Nähe des Flughafens Jaroslavl, etwa 300 Kilometer entfernt von Moskau. Das Team von Lokomotiva Jaroslavl ist mit dem Absturz ausgelöscht. Unter den Toten sind der schwedische Torhüter Stefan Lief, Olympiasieger und Weltmeister von 2006, sowie weitere Weltklassespieler aus Tschechien, Lettland und der Slowakei. Der deutsche Profi Robert Dietrich wurde nur 25 Jahre alt. Er hatte erst im Juni bei dem Verein angeheuert. Lokomotiva Jaroslavl hat dreimal die russische Meisterschaft geholt und war in der letzten Spielzeit dritter geworden. Die Unglücksmaschine war 18 Jahre alt. Der Typ stammte noch aus Zeiten der Sowjetunion. In Jaroslavl war eigentlich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einem politischen Forum erwartet worden, ebenso wie Russlands Staatschef Dmitri Medvedev. Merkel hatte bereits vor dem Unglück abgesagt. Sie drückte den Angehörigen ihr Mitgefühl aus, nach dem bereits vierten tödlichen Flugzeugabsturz in Russland in diesem Sommer. Untertitelung. BR 2018 Staates Verruf 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 Bis zum nächsten Mal.